Moin moin Leute! Heute gehts weiter mit einer Folge... Boah! Am Dienstag, nach Pfingsten! So, okay. Hi. Hatte. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Hallo? Wir müssen uns hier einfach noch ein bisschen mehr... Oh, wie weit können wir die hier kaufen? Ich seh das schon. Okay, hier, da... Dann gehts mal hier rüber. Ich hab jetzt auch langsam entschließt, wie das mit dem Terraforming geht. Guten Tag, links. Gewisse Beziehung um Hanze. Geschenken wollen wir eigentlich nicht, dann gehen wir noch mal hier raus. Obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Moment. So, mal hier rüber. Geh die jetzt mal hier rein. So, guck mal, da haben wir nämlich noch zwei blaue. So, wir müssen jetzt mal was gucken, weil ich hab ne Vermutung. Ich verlasse jetzt, ich hab ne Vermutung. Okay. Genau, wir brauchen nämlich tatsächlich noch ein so'n Ding. Okay. So, wir brauchen... Okay, okay, okay. Ich... Wollen wir ein eigenes erstellen? Ich hab heute richtig Lust, ein eigenes Haus zu erstellen. Komm, wir erstellen ein eigenes Haus. Okay, okay, okay. Okay, so, wir nehmen... Das ist ein Unterhaltungshaus, ja. Okay, wir nehmen das. Man nehme das... Und packe ein zweites Okko-Dings drauf. So. So. So, genau. Und dann packt man noch ein drittes drauf. Sehr gut. So, und dann packt man noch ein viertes drauf. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir's. So, und jetzt brauchen wir ein Dach. Bären-Dach. Ne, das sieht komisch aus. Sah noch Älpchen. Ne, das sieht auch komisch aus. Klar, ne? Ne, das sieht auch komisch aus. Aber nichts Schönes. Oh Gott, ich muss niesen. Na gut, dann halt kein Dach. Okay. Deine Tür. Ähm. Ach, Moment. Vielleicht können wir es ja hier hinten noch irgendwie... ...erweitern. Ich seh das schon. So. Und hier machen wir noch so'n Bogen hin. Und dann machen wir hier zur Seite noch so'n... So. Hm. So. Oh Gott, ist das schwierig. So. Oh Gott. So. Oh Gott. Äh. So. Jetzt haben wir's gleich. Oh Gott. So. Und jetzt? Naja, okay. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Wir kann das nicht. Okay. Hm. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Das ist hässlich. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay, jetzt haben wir's. Jaaa. Mensch, ich hab keine Ahnung. Okay, Connector. Ähm. Ich nehme jetzt den Drücker. Okay. Das ist cool. Oh Gott. So, da ist einer. Wir müssen mal die Farbe ausnehmen. Unser Haus schickt eine Fensterfarbe. Oh je. So viele Farben zur Auswahl. Wow. Oh Gott. Nee. Okay. Das sieht doch richtig gut aus. Okay. Okay. Ähm. Wir brauchen noch einen Connector. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann gehen wir auch erstmal raus aus dem Baumodus. Da haben wir nämlich genug gemacht. Okay. So. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier eine Tür. Aber was für eine? Das ist die Frage. Ja. Was für eine Tür. Spitzbogen. Doppeldeco. Nee. Die hier passt besser. So. Jetzt hätte ich nicht mehr tun. Jetzt brauchen wir noch Fenster. Ganz viele Fenster. Hier noch eins. Dort. Dort oben. Oh. Unterhaltung. Okay. Ähm. 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 Okay. Hier kommt eins hin. Da kommt eins hin. Oh. Doppeldeco. Oh. Oh. Doppeldeco. Da kommt eins hin. Oh. Doppeldeco. Oh. 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 Gott. So. Dort kommt eins hin. Oh mein Gott. Du kannst fertigfläser. Oh. Du kannst fertigfläser. Seht euch mal an, wie viel hier ist, jetzt mal mal Seifenblasen. Nein, ist das nice, oh mein Gott. Und jetzt noch ein Seifenblasen in der Nase, das finde ich ja mega. So, seht ihr, jetzt müssen wir auf der Rückseite noch ein paar Fenster machen. Oder müssen wir... Ich glaube, das ist ein Smart Shop, aber kaum. Wollen wir dann noch eine Tür hinmachen? Ähm... Die passen dann nur so schlecht. Fallgatter, also wirklich... So, das passt schon besser. Okay, und jetzt noch ein, zwei Fenster, dann sind wir fertig. Hier noch eins. Wir können normale hin. So. Okay, ich glaube wir sind fertig. Polygon. Da sind Polygon. So, okay, dann sind wir fertig. Dann mal raus hier. Zack. Das, Welt. Ja. Huch, nein, 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 nein. Unterhalten. Ähm. Bis. Busy. Busy. Working. Für echte. Moment. Echte. Weltherrscher. So, genau. Dann lass mich für heute unser erstes Haus erstmal. Red hier. Und dann platzieren wir hier mal. So, ja, ein Wohnhaus. Wollen wir uns erstmal eins... Hm. Ach, Mensch. Ich weiß auch nicht. Grocks Haus. Nehmen wir erstmal das hier. Okay. 21 Stunden. Sehr gut. Okay. So. Das muss man wieder hin. Ich kann auch die Temperatur verändern. Aber das machen wir erstmal nicht so. Jetzt gucken wir hier mal raus. Beanspruch. Beanspruch. Okay. Alles hier umbeanspruch. Okay. Ähm. Wie viel hast du denn mit dem an unseren nächsten Planeten? Aber wer hat sogar schon die erste? Ach. Wie sieht der Planeten aus? Okay. Der hat kein Gas. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Andres... ... hat so... So. So. Okay. Die haben blaues Gas. Hm. Wollen wir mal gucken, wie wir wissen. So. Ein Planet war da. So. So. Guck mal. Okay. Auch blau. Okay. Und die Temperatur... Auch blau. Aber... Auch nicht gut. Auch nicht gut. Haha. Okay. Den letzten... Mit Lila hier zwar. Okay. 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 Und Lila rauf. Ähm, der hasst uns. Ähm, wir müssen die Temperatur runterkühlen und dann da irgendwie hochgehen. Wir gucken nochmal weiter. Naja, aber komm jetzt, lass uns erstmal Aufgaben hier noch machen. Ich denke, die haben sicher noch was von uns zu tun. Hi. So. Nichts hier ohne. Ich möchte nochmal erfahren. Irgendwelche freie Vorschläge vielleicht. Ich möchte das nicht so machen. Okay. Ich möchte das... Ich möchte Planeten einfahren. Hast du Lust, die Galaxie zu verschillern? Unsere Wissenschaftler haben einige Werkzeuge entwickelt, damit du schon mal anfangen kannst. Nimm diese Planeten, jetzt haben wir Malungswerkzeuge und setze sie bei einem Planeten ein. Sie verändern die Farbe der Planeten, aber finde ich cool, was? Wenn es gut geht, geben wir dir dafür 10.000 Spore-Dollars. Klingt nach Spaß. Du musst zu einem anderen Planeten reisen, um diese Werkzeuge einzusetzen. Ich weiß nicht. Oh, mach sieh. Außer unsere Fremden kann jetzt jeder sein. Das heißt, wenn du es unbedingt willst, wanne einen willst. Machs woanders! Ich akzeptiere lassen, dann planen wir jedes Mal. Tschüss. Setze die Violette, Einherbungsmittel. In der Panina setze ich weiter. Dann landen wir mal im Klex Reich. So. Brotmüll. Guck mal, da gibt's noch was. Und, stopp. Setze es tiefblau mehr Werkzeug ein. Welche Farbe hat denn das Meer hier? Oh, die haben kein Meer. Okay. Diese Planeten wieder. Seht ihr? Hier. Fünfmal schnell wieder weg. Okay. Dann nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. So. Sehr gute Arbeit. Hatte viel Spaß gemacht. Überall in der Galaxie sind Werkzeuge mit diesen verstreut. Es gibt verschiedene Sets und Farben. Aber die musst du erst finden. Und dann mit dem Entführungsstrahl einsammeln. Die gesammelten Werkzeuge sind dann in deinem Werkzeugkasten. Wenn du sie einmal hast, stehen sie dir immer zur Verfügung. Klar geschehen, bevor. Soll ich hier? Mach zwei und drei mit dir. So. So. Ich möchte... Ich möchte ein Läufen. Okay. 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 Verstehe. Bis bald. Verbessere Beziehung zu einem anderen. Ich bin erinnert. Mach einen. Tsunami Verbündet. Okay. Können wir da hinreihen? So. Mal gucken. Verbündet sind käme. Zeige Grüße. Schön nicht zu sehen. Mal ziehen. Da. Unsere Fahrzeuge wird schneller. Egal was wir tun. Nichts für ungut. Aber ich kann nicht lang genug entscheiden. Ob wir uns trauen können, ist halt eine Handwäschung einfach. Wenn du uns was für uns suchst, wirst du wahrscheinlich dass man benutzt. Oder Versorgung ist gut. Egal. Durch eine Fahrtruhe und schrumpen bevor der große Rat kürzlich von einer Welt, die möglicherweise besiedelbar ist. Um herauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist, müssen unsere Wissenschaftler am Institut für eine Götter. Wieso würdest du sie... Wenn wir uns jetzt... ... 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 Oben aller Pflanzentüren kommt hierher zurück. Mit Lechter da. Wohl! Okay. Ah, okay. Dubai Rai. Von Planeten, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Ah, okay. Also ohne Planze hinzugefügt. Hier gibt es Tiere. Ah, okay. 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 So, Obel. Dodging Blames one. Okay. 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 I push. Okay. 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 Und. Okay. Ähm... 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 Stuhl.. Äh... Oh Gott, ich werde davon nicht... ob das eine Pflanze ist, nehmen wir einen Schaden. Alle Pflanze haben eine Pflanze verstanden. Setzte welche Pflanzen Zierwaffen? Was lege ich denn jetzt ab? Okay, um. hier gibt es so, jetzt ok kehre zum Unternehmen, Chris, zurück seht ihr, jetzt haben wir die Aufgabe geschafft aber ich war gerade schon am überfordert werden, aber da leben doch schon Menschen drauf du kannst da nicht drauf holen ok, hi so, Chris, hi seht ihr gern gesehen, öffnet die Kommentare, wenn sie so warte so, der große Rad ist der Freundin jawoll wir sollen uns jetzt aufhalten Mwahaha Werkzeuge freigeschaltet Miss Insta 2010 Mission Commander Meteoritenhagel Eis Werkzeuge so, ok dann komm, dann lass uns mal nach Hause und dann sind wir nämlich durchwirken heute Gute Arbeit Captain Shrimpling jetzt haben wir einen Freund und sind nie wieder allein uns ist aufgefallen, dass unsere neuen Verbündeten über mächtige Technologien finden diese ganze Bündnis gefunden nun mal gefällt uns zunehmend besser vergiss nicht deinem Partner hin und wieder um an die Arme zu greifen dann werden wir belohnt bevor ich gehe warte ach, ok hier gibt es Feuerwehr hier die Arme ist stol ok, aber unser Zeug werden wir hier nicht los aber damit würde ich sagen sind wir erstmal fertig für heute ich hoffe euch hat es gefallen wir move up the ranks würden die in englisch sagen oder wir erklimmen die Leiter also bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss